CONFOSTECHNIX präsentiert Hallo und herzlich willkommen zur Dokumentation zum Gedanken mit Wettbewerb 2019. Wir sind die CONFOSTECHNIX und wir haben uns am Anfang getroffen, um uns einen Namen zu überlegen und überhaupt zu gucken, wer alles mitmacht. Als wir die Aufgabe bekommen haben, haben wir uns erstmal eine Dokumentation zu dem Wasserläufer angeguckt, um zu wissen, wie der überhaupt auf dem Wasser laufen kann. Dann haben wir ausprobiert, welche Stoffe wie viel Gewicht auf dem Wasser tragen können. Angefangen haben wir mit einem Glasfasernetz, welches allerdings ziemlich wenig trägt. Das Drahtnetz hingegen hat etwas besser funktioniert, je dichter die Maschen wurden, bis wir dann einfach hinterher eine Aluminiumplatte genommen haben, die dann das meiste Gewicht ausgehalten hat. Und passend zum 5-jährigen Geburtstag des Gedankenblitzwettbewerbs haben wir uns entschlossen, auf die runde Metallplatte eine Torte zu basteln, da die Platte sonst etwas leer aussieht. Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Gedankenblitz! Happy Birthday to you! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir hoffen, dass wir Sie in der nächsten Runde wiedersehen!